Ja, wir sind auch am spawnen. Muss man vielleicht checken, ob da hinten an der Halle einer ist oder irgendwo. Ja, ich bin mit dem Uwe hier. Wir sind jetzt Factory Key. Wer ist das da oben? Ist einer draußen von euch irgendwo? Nein. Ich bin hier in der Halle. Oh ja, hinter, wo wir gespawnt sind. Oben auf den Fässern einer. Ja. Über den Ding, wo wir gespawnt sind. Ich hab den leider nicht erwischt. Wir können rechts runterkommen. Ich sehe ihn. Haben ihn. War es Gav? Nee, nee. War es Gav Player? Der war oben auf den Dingern, auf dem Metall. Ja, ja. Der war oben drauf. Ich weiß nicht, ob das Gav ist. Ja. Pass auf, mein Uwe, von hinten, ne? Die Seite, ja. Ach, seid ihr da vorne? Ja. Wollt ihr springen oder hat einer einen Schlüssel? Ja, schließ mal auf. Es scheint, dass wir alle vier drüber gesprungen sind, sind nur 20 mal aufgeschlossen. Skaff an der Tankstelle. Ja, an der Tankstelle. Granate direkt. Flashbang. Ich renne mal weg. Ich bin hier am Zaun. Vorne am Container. Achso, das ist einer von uns, oder? Ist einer an der Tankstelle schon? Nein. Doch. Ich bin des. Ich bin des. Ich bin des. Ich hüpfe hier. Ja, ja. Das ist nur normales Gav an der Tankstelle. Achso. Ich hab gedacht, ich hab... Dann hast du gemeint, Chris, oder? Gut, dass ich nicht geschossen hab. Ja. Der ist tot. Nice. Hier, lass weiter. Ja, ja. Guck mal kurz oben rein. Äh, Chico, du hast schon reaped. Check mal, äh, 3er Dorms, äh, die Fenster ab. Ja, ja, mach ich die ganze Zeit schon. Ich versuch da jetzt noch mal. Perfekt. Ich würd doch gern... Gehst du in die 2er Dorms rein, Uwe? Ne, ne. Okay. Willst du rein? Ne, ne. Ich wollt nur wissen. Ich bin am Zaun zwischen 2 und 3 Dorm. Also Fenster seh ich. Keine Wärme. Fragen gemacht. Ja, der Zaun... Da liegt schon ne Leiche drin. Auf den vorsichtig. Schüsse. Alter. Er hat geschossen. Niemand von uns. Niemand von uns. Niemand von uns. Außerhalb. Irgendwo. Wer rennt? In dem drin, links L-Gang. Ach, lass mich doch am Arsch. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ich bin fucking low. Ich bin links im L-Gang. Ich heim nicht kurz. Hast du mal eine Granade? Ich bin im L-Gang, links. Was? Äh. Von außerhalb vom Wald da irgendwo. Dann müssen wir belasten. Ich seh einen auf voll weite Entfernung. Ich schieß jetzt einfach. Ich hab ihn. Nice. Oder? Guck mal im Stream. Ich glaub ich hab den da getötet. Ja, der ist schon am Baum. Aber ich seh. Ich weiß nicht ob den. Das ist ein Spieler gewesen. Safe. Der Stand. Kann da ein Scaff irgendwas bauen? Weil der Stand safe erst. Der ist safe tot. Ich weiß gar nicht, wo war das denn jetzt? Da ne? Ja. Ist das da hinten alter? Ach du heilige Makrele. Der Stand hier halt erst. Ja, könnte schon sein. Könnt gleich mal gucken. Ich heim mich kurz noch. Hm. Selbst wenn Chris sein Zeug, oder? Da ist Heimer. Wo? Wo? Ich push den. Push den. Wo denn? Sag mir was. Tod. Ich glaub deine Nate hat ihn, Jörg. Ich bin Treppengang nach unten. Er ist tot, oder? Nee, nee. Der hat den Gegner getötet. Ich komm hoch. Jetzt bin ich halt total zerschlossen. Guck drei hier oben. Ich bin halt hier unten. Bleib mal leise bitte. Wenn ich euch da drinnen irgendwie helfen kommen soll, müsst ihr was sagen, ne? Nee, nee. Passt. Alles gut. Du kannst gleich noch deine Taschen voll machen. Ja, mach das mal. Ach, scheiß drauf. Juck mich gar nicht. Okay. Also jetzt können wir von mir aus abhauen, Alter. Ich finde auch was. Dann in Cholchigo noch können reinkommen, die Taschen voll machen. Dann gehen wir mal los. Ja, lohnt sich. Lohnt sich glaub gar nicht. Woll ich grad sagen. Also, juck mich. Mir ist doch egal, du. Ehrlich. Scheiß drauf. Alter, warum hast du das nicht? Ach, scheiß. Hast du alles was? Hier läuft ein Spieler. Irgendwo close. Ich guck raus. Ich guck mal im Stream hier vorne irgendwo im Wald habe ich was weißes Laufen sehen. Schon close irgendwo. Also sie können vorne reinkommen, wo wir nicht reingekommen sind, Jörg. Genau, genau. Ich würde sogar eher sagen, auf der Seite kommt der. Ja, ja, da kommt der auch auf der Seite. Ich sehe den nicht mehr. Der war safe schon hier vorne irgendwo. Ich checke hier unten im Innenhof ab. Ja, aber sollen wir da nicht uns verpissen? Ja, nur jetzt achten. Ich darf kurz größer in der AK weg. Und was sagt Chico? Ich mache einen 360 Auber die ganze Zeit, ich sehe hier gar nicht. Okay, komm dann, lass weiter. Ich bin an der Straße jetzt vorne schon. Sollen wir mal kurz Gras fliegen oder was? Ich bin einfach weitergelaufen. Solloy, wir sind hier richtig im Schleichermord, oder? Äh, ich schätze, ja, die Waffe. Alles gut, nimm ruhig. Nein, das ist dein Anteil. Alles gut. Dein Anteil. Alter, ich bin im Feuer. Ich krieg Damage, Feuer. Uwe nicht. Alter! 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 Was? Das ist nicht passiert, oder? Uwe ist gestorben durchs Feuer. Alter! Alter! Was? Was? Wie bitte? Wie bitte, ne? Bist du drin stehen geblieben, oder was ist passiert? Ja, ich weiß schon, Alter. Ich konnte dann auch nicht wirklich schön rausgehen, Alter. Holy shit! Das ist mir ja noch nie passiert. Das ist mir ja noch nie passiert. Hä? 2 2 3 3 4 4